Der Pressemanager Presseberichte schreiben wie ein Weltmeister, sogar als blutiger Laie. Nutzen Sie jetzt die Top-Strategie, mit der Sie im Web ruckzuck bekannt werden. Schreiben und veröffentlichen Sie massenhaft Online-Presseberichte. Sie denken, das können Sie nicht? Weit gefehlt. Installieren Sie einfach den Pressemanager auf Ihrem Rechner. Dieses PC-Programm nimmt Sie beim Abfassen Ihrer eigenen PRs quasi an die Hand. Stufe für Stufe entstehen so unter Ihren Händen eine Pressemitteilung, die massenhaft Besucher auf Ihre Webseite zieht. Und das Beste? Der Pressemanager sorgt auch für die rasche Verbreitung Ihrer Texte im Internet. Zu dieser Software gehören weiterführende schriftliche Informationen. Beim günstigeren Download sind sämtliche Unterlagen von der CD-ROM ebenfalls kostenlos enthalten. Nutzen Sie ebenfalls das kostenlose Informationsmaterial auf dieser Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie entspannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017